Jederzeit, mhm. Erst letzten Monat war ich mit ihm im Burschein, hab ihm gezeigt, wie mein Bildschwein mit dem Staub töst. Jetzt hat er dein Bildschwein, aber er ist am besten Morgen. Ja, aber wie heißt es doch? Sie war später als nie. Na, also bis dann. Hey Dad, bis nächstes möchte ich mit dir reden. Ich warte doch nicht. Hey. Sorry, wie nervt ist, Mr. Charles. Oh, guten Tag. Eigentlich halte ich mit dann weh, aber ich bin Mikey's Dad. Ach, Mr. Dany. Genau. Nun fangen wir damit an. Mikey ist ein Lieblingsbeter, Junge. Aufgewertfreundlich. Da ist nur ein winziges Problem, eins mit ihm jetzt geständig zu tun haben. Wir können besser Freunde aus dem Leben. Wenn so was für ein Vater im Film einen Polizisten spielt, dann wäre ich wieder oft, dass er tatsächlich bei der Polizei ist. Wir haben viele Schauspielerkinder hier. Also ich bin nicht im Leben. Ich bin in der Tourismuswoche, der nicht ganz so rumwollt. Ja, du. Deshalb versuch dir so, es ein wenig interessanter zu machen, als es möglich ist. Das scheint geheimnisvoll zu sein, aber kleine Schimmereien können sich aufpassen. Aber was hat er denn gesagt? Na ja, ich fühlte er an, dass er, dass die Jäger sind. Und dass die Krokodile jagen und töten. Das ist das nicht. Das weiß er doch wirklich besser. Krokodile sind geschützt. Die bringe ich doch nicht um. Die fahre mich reden. Oh, aber ja. Natürlich. Ich rede mit ihm. Es wird keine Schmittelein mehr geben. Dann geht die Gänse dann deutlich. Wie. Was denn? Wo ist der Jäger? Oh, wie hübsch der Hände. Geh, sagst du dem Jäger, dass mein Name dein hier und ich Krokodil? Ja, sich. Ich muss nicht auf den Rudelkonto den Namen seiner Mutter anmelden. Weil es hier ein gesetzlicher Name ist. Wie ist das daran, dass du mal nicht heiraten willst? Ach, nein, wir sind verheiratet sozusagen. Wir haben nur noch nicht den mächtigen Kamm. Was haben die Kinder gesagt, als du ihn erzählt hast, denn der Führerkommunierjäger? Die haben gesagt, was macht ihr dann nicht, der Glauben nicht hin? Glauben wir nicht, eigentlich?